Ach ja ich glaube bei den Handvögeln kannst du ruhige Angriffszauber benutzen. So jetzt gehen wir mal hier lang. Hier oben. Da mache ich auch mal eine Spieleunterbrechung. Ja das ist ja eine angenehme. Bäm. Boah. Rieses. Hier in 73. Bäm. Toll. Auf jeden Fall. Immer immer. So. Ach wie geil. So jetzt sind wir wieder hier. Ok komm dann können wir uns auch kurz heilen. Achso ok. Ok komm dann gehen wir nach Süd nehmen. Einen Kunden zu spät. Na dann kosten die so viel. Bei Sonnepreise. Bei der ersten zu spät kommt. Ja. Drücke mal einen Knopf. Es ist nämlich Rockhoost. Rockhoost. Tag. Und Speicher. Ja. Mhm. Zehn Stunden. Wow. Zehn Spielstunden. Schon. Wow. Viel gespeichert. Aber es ist ja auch noch Rollenspiel ne. Ja. Komm ey wir gehen jetzt mal ganz nach Süden irgendwie. Geht nicht. Also ok. Oder im Kampfgebiet. Kann auch nicht sein. Jetzt können wir nach Süden gehen. Jetzt können wir nach Süden gehen. Jetzt sind wir wieder hier. Oh. Terror enden. Oh. Da. Nein. Emulator. Jetzt kackt nicht schon wieder ab. Ne. Oh ne gehst du. Die Kürbisbombe. Oh. Kürbisbombe. Süden. Süden. Hier geht es nicht nach Süden. Immer nach Süden gehen wenn es nach Süden geht. Okay. Nur wenn es geht. Genau. Oh ne. Erstmal das Shit. Gülle Kürbisbombe. Ne. Komm her. Bäm. Bäm. All ein Vogel entsteht. Ah. Mann. Ich hasse die Viecher. Bäm. Weil die auch so viel. Aushalten. Einfalten. Zack. Zack. Stört. So. Oh ey. Boah. Können die was aushalten. Boah ey. Krass. Jetzt auch. Hoffentlich kriegen wir bald wieder mehr Blub. Mhm. So. Immer nur nach Süden. Immer. 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 So. Da achte ich immer sehr drauf. Auch auf sowas. Ja. Na jetzt. Demnächst muss ich darauf achten. Okay. Du weißt ja warum. Ja. So. So. Das. Trillboy. Oh wie toll. Trillboy kommt jetzt auch hier. Weil die das nicht machen können. Toll. Nochmal. Oh. Kraftfasser. Heilung. Scheiß. Oh. Musik. Krieg. Küste. Oh. Nee. Nee. Okay. Hä. Wieso werden wir jetzt hier weiter. Ich kapiert das ist überhaupt gar nicht. Hör mal bitte so rum probieren. Ja. Und ich hänge da oben fest. Kürbisbomber. Die wir auch vor ein paar Sekunden eingesammelt haben. So. So bitte. Nehmen sie mal was. Nehmen sie mal was. Nehmen sie mal was. So. Naja. Okay. Gehen wir nochmal. Nach rechts. Ist ja gezwungenermaßen dann so. Ja leider. So. Ja. Oh. Denkst du doch geil. Oh. Mann. Ist ja heute mal immer so. Ah. Kannst du jetzt bitte bloß. Hast dich bestimmt ne Aufnahme. Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. Alter. Ja. So. Aber jetzt auch mal bei anderen Netzpläern. So du kommbe. Yay. 1.5. Nice sagst du. Hm. Ne. Das gefällt mir. Das war ich gleich tot. Aber egal. Piu. So. Mhm. Dankeschön. 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 Bitte. 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 Oh. Ein Bonbon nur noch. Kann ich eine kleine Wäsche ausholen. So. Achso. Oh Mann ey. Bonbons. Sachse. Bonbons. Haben wir okay nicht mehr dran. Ich hasse Wüstegebiet. Ja. 64 Bonbons. Ja. Reicht. So. 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 Kürbis. B. Schokolade. Kann man mal nachfüllen. Haben wir auch 31. So. Blöde um 100. Hau. Ein Lebenswasser noch nachfüllen. So. So. Jetzt haben wir es. Haben wir von. Oh. Haben wir von. Oh. Den hier auch für viele. Ne. 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 ein. New Event. Ne. Ne. Why nicht mehr. Ne. Ne. libe. assurance. Ne. Le. Ne. 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 die tun aber auch schon langsam mehr weh die fall ist wieder neues gebiet wir können wie du mir so stier und 0 ist auch nicht zeit ist das ist gesicht ich töte schon die priester sehr gut ein weg erscheint ok dann sind wir richtig gut auch mal wählen bitte ok gut ja und ja Ok. Bulettenstück, Edustück. Hier. Genau, jetzt die Angela. Und dann nochmal. So. Und dann hätten wir es wieder. Ja. So, komm 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 Special Wutfurt Bam 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 Oh nö, schon wieder ein Hartenvogel Jetzt ist er aber auch weg Folgt der Sieg? Level Up! Glückwunsch! Ähm, kann ich schon überhaupt machen oder das? Ähm, warte mal Warte mal, warte mal, warte mal Intelligenz und Geist kannst du nicht machen, ne? Nee, ich kann Glück machen, Stärke, Agi und Wit Ähm, mach mal ein bisschen Glück Pusche mal ein bisschen Glück auf Okay, Glück verbessert Ja Fast Level 19 Muss man hier lang gehen Ja Bolettenrunde Eine Bolettenrunde Eine Bolettenrunde Ja Oh, Glückwunsch! Von wo kommst du auf einmal her? Rausgesprungen aus dem Baum da Ja, toll Und dann steht wieder garantiert der Hartenvogel Jawoll Gerade eben digitiert Ja Gibt nichts, welche Abwehr immer Das ist gute So Terror! Terrorente und ein Priester auf Null Und die Fink jetzt Tod Oh ne, wow Gar nicht Da passt man doch immer auf Deswegen ist das tot so das ist jetzt was also stärke und agilität kann ich jetzt nicht machen vitalität intelligenz jetzt mal vitalität die vitalität gemacht mit der die klitschko was also oasenstadt was anderes kauf sagt ja 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 so und kommt man okay wird ja für wen ist das für diese war was war gute bau 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 fiel die angela und tiara das klingt sehr gut so haben wir jetzt alles ja noch etwas weil du hast noch wieder auf so damit man hier in irgendwelche schmulitäten reinkommen ja Wenn man das so nennen kann. So, und jetzt noch etwas anderes mit reinmachen. Schon fahren wir, nee. Äh, krallen, 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 schuppen. Körbosklauer von mir aus. So. Gut. Äh, nee. Machen wir halt, ja. Ja. So. So. Äh, äh, kristallstaub gibt's nicht. Ach ja. Genau. Ach ja. So. Immerhin, ein Punkt mehr Verteidigung. So, oh. Oh, okay. Ähm. Wählen Ring Nebelanhängung. Ja. So. Äh, ja. Lederhund, Badr-Budde. Hm? Schuppenpanzer. Wambrace. Wambrace. Bitterband. Okay. Und noch einer. Genau. Kriegerkopfband. Kopfband. Lederkragen. Kraftband. Und hier unten immer noch nichts. Da gibt's hier noch irgendwas. Ne. Hier noch was. Angriff. Irgendeine. Ne. Mönch. Schläger. Ich muss, ah ja. Das muss ich auch noch sagen. Ich muss, äh, für den Halszauber muss ich Mönch sein. Also die obere Richtung dann. Genau. Sonst kann ich kein Halszauber anwenden. Okay. Ja, und bei dir kannst du das aussuchen. Hm. Also bei der Angela. So, ich versuchte gerade. Ach so. Ja. Ich muss nur noch meinen, meinen Kumpanen einstellen. Und genau hier. Doppelangriff. Hm. Rücksatz. So. So, mal eingestellt hier. Jo. Sind wir noch drin? Na, irgendwas. Ja, da hemmt jemand. Ja, der schnallt. Stürmisch nicht. Ich sagte bestimmt im Schaf so. Hm. Das könnte... Durchaus sein. Da macht gerade Pause, der Kollege. Von seinem... Von seiner schrecklichen Arbeit. Hä? Moment mal. Ja, bitte. Warum... Ja, bitte. ... kann man hier keine Waffen kaufen, obwohl da ein... Äh, Schilds hängt. LOL. Weil der Waffenspezialist gerade im Bett liegt. Schläft. Toll. Warte mal, vielleicht ist der über Nacht wach. Lass uns das mal kurz ausprobieren. Ja, bleiben. Ja, von mir aus. Wann soll ich dich mal aufwecken? Schöne Gute Nacht. Mach's gut. Sparf gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Schlafen Sie doch mal gut. Ja. Ich glaube, immer... Immer. Immer sehr gerne. Und zwar den unteren Stand. Immer schön abwechselnd. Genau. So. Hoffentlich klappt das jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und zwar hier. Nee. Woja, war das jetzt hier doch? Ja. Doch, siehste? Äh, Kaus. Seid doch mal herzlich willkommen. Und das sind immer noch die gleichen Sachen. Ach, wie toll. Ich hab' gerade runtergeholt. Ich bin fast... Und das ist so schön im Chor. So. Gestrafen. Ah, hier ist der müßliche Gymnasiumgeist. Der Lampengeist. Der Old Granny. Items. Äh, eigentlich haben wir alles. Im Besitz Null. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das reicht. Ja, Mann. Das reicht. Da hat er alles. Voll der Old Granny. Dankeschön. Noch etwas? Nee. Äh, das kann. Das reicht jetzt. Das reicht. Das reicht voll. Auf Wiedersehen. Jo. Ciao. Wo war denn das gerade? Krass. Irgendwann ist die Lex gerade. Da sind wir schon wieder. Jo. Nach dieser kurzen Unterbrechung. Wir sind nur aus dem Haus rausgegangen. Wir haben nichts gemacht. Wir müssen rausgehen und dann nehmen wir schon wieder auf. Ja. Also ihr habt nichts verpasst. Keine Panik. Nichts. Und hier geht es irgendwie auch nicht weit. War nur ein paar Mäuse im Keller, aber sonst ging es. Jetzt reicht es schon wieder bei mir. Mach ja keine Zicken, Junge. Mach ja keine Zicken, Junge. Geht doch nichts los. Wieso? Wem nimmt dich? Alter, wir hatten doch noch nie so höllische Schwierigkeiten gehabt, ey. So Zeit, das Spiel zu Ende ist mit dem Problem. Und ein Pass. Äh, naja, das dauert allerdings noch. Also wir haben ja noch ungefähr die Hälfte vor uns noch des Spiels. Okay, krass. Ja, aber das passt ja auch. Wir haben ja noch vier Elementgeister zu suchen, ne? Moment mal, Moment, Moment. Nee, das sah gerade so verdächtig aus. Geht ohne weiter da oben. Ah, geil, ich verwarte mich wieder. Ging es in der Oasenstatt, wo andersrum noch lang. Weil wir gerade wieder zurück. Ja, ich weiß. Ja, kurz. So, Moment, da war eine Kiste. Oh, nix. Ja, siehst du, manchmal habe ich gute Erlauben. Oh, nee, Giftwolke. Äh, Giftgas. Oh, die tut doch auch so weh. Oh, nix. Bei wem hat das jetzt einen 70er anvorsacht? Na, bei mir wahrscheinlich. Bei Angela. Aber dir. Oh, Wahnsinn. Das ist doch unnormal. Toilettenparty. Und es legt schon wieder. Yay. Oh, Mann, ey. 15 Frames per Second. Jetzt ein neune. Geile. Geile Kacke. 15. Ach, äh. Und der hat eben ein Level abbekommen. Geil. Mach mal nur ganz schnell. Ach, wie schützvoll. Ähm. Äh, kannst du die Stärke machen? Ja, ich denk schon, oder? Ja. Ja, dann mach mal Stärke. Ja, nehm ich. Stärke vor Passort. Die müssen wir wo jetzt ja hier mal. Entweder neues Gebiet oder heute für heute aufhören. Je nachdem. Boah, ey. Kannst du echt nicht mehr. Äh, Moment mal. Wir gehen erst mal nach links. Okay. Oh, diese 9 Frames per Second. Nee, du. Oh. Wollspool, ey. Nee, das ist ja jetzt bei Standbild. Das wird ja nicht hier. Deadwiff, nee. Ja, okay. Dann machen wir die noch kurz und dann hören wir doch erst mal auf. Kannst du ja keinem anbieten. Also, das ist, ja eben. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Meine Überbelastung, die ich ja so zu tragen habe. Echt, das war alles Luste. Ansonsten haben wir das. Ja, komm. Moment, Moment, Moment. So, komm. Stipp. So, jetzt aber. Ja, guck mal, jetzt geht's wieder. Geht's wieder verarschen oder was? Ach man, ey. Ist das jetzt in oder außerhalb der Aufnahme? Da wird wahrscheinlich mal drin sein, denke ich mal. Unsere Diashow. Also, da hast du ja auch gelaufen mit der Aufnahme. Nee. Ach so. Wir sind noch live, ja. Ach so. Also, wenn wir jetzt einfach mal hier so, siehst du, fängt jetzt wieder an. Siehst du, der will uns einfach raus ekeln, der Kollege. Der will uns raus ekeln. Ich hab dir jetzt das gesagt. Oh Mann. Na, da sehen wir uns jetzt mal wieder. Sag ich mal. Und, äh. Wird bestimmt nicht so lange dauern, bis wir uns wiedersehen. Diesmal, schätze ich. Ja. Ach so, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Und habt einen entspannten Tag. Weil noch immer du es wieder sehen wirst. Mach's gut. Und einen schönen, und einen schönen sonnigen Tag. Bis bald. Immer gerne. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020